hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge seven days to die ja ich habe die nacht jetzt gerade rum ein bisschen was gefahren und jetzt sehe ich hier gerade den 2 heute nacht ja und wie ihr seht haben jetzt eine stufe stufe 6 ak weil wir so viele quests für gem abgeschlossen haben ja und ich habe mich da gegen das minibike entschieden und ich weiß gar nicht was es noch alles gab das waren schon ein paar interessante sachen als questbelohnung vor allem natürlich minibike aber ich habe mir gedacht die gute waffe ist erstmal wichtiger als ein kleines moped ja quest habe ich auch angenommen und zwar die nächste handelsroute einrichten aber ich würde jetzt ganz gerne erstmal ein bisschen rohstoffe sammeln knapp 200 holz habe ich jetzt gesammelt ich habe mal wieder ein paar chrysanthemen eingesammelt vielleicht bleiben wir heute mal zu hause ach das war einfach nur eine rote blume gehen wir da lang die ak ist natürlich jetzt auch voll gemodelt zielfernrohr schalldämpfer dass wir die chance haben die gegner von den beinen zu werfen und was war noch was war noch rück ah ja und eine lampe in der letzten folge noch von gesprochen von der lampe jetzt haben wir da sind noch eine chrysantheme und da auch auch mit 33 34 und ich konnte in der letzten nacht schon gar nicht mehr mein ganzes wasser verkochen da kann ich nichts mehr haben keine kaffeebohnen keine goldruten und keine chrysanthemen nichts mehr da kein yucca alles vor das ist ein schluss trinken viel trinken hilft ach ja ähm nagelpistole gab es noch zur auswahl genau aber wie gesagt mir war es oder mir erschien die ak am sinnvollsten das soll wirklich mal eine waffe haben mit der wir uns verteidigen können so gehen wir gleich erstmal zurück wir müssen eigentlich noch ganz viel Erde schaufeln Erde haben wir gar nichts mehr oder so gut wie nichts mehr aber Erde schaufeln ist auch das unangenehmste die nehmen wir auch noch mit ja sieht ja schon leer aus hier mittlerweile hier habe ich schon hier grabe ich sonst immer oder was heißt immer ein zweimal jetzt nach oben hier habe ich jetzt auch die Decke drauf mit dem Fenster Fühlt sich das doch schon eher wie ein zweimal an hier oder? so schön ähm ne ich habe jetzt noch zwei Kisten hier sind jetzt Getränke zum Beispiel drin können wir nämlich hier auch noch mit Rot und Tee oder machen wir ein paar Goldrunden machen wir davon drei davon den Rest so hab ich die Hopsensamen noch hier drin? eigentlich gehören die auch da rein ne? ja die haben ja wieder einen Kleber sehr schön ähm ich weiß doch mal wieder so die Bäume pflanzen vielleicht weil die spawnen ja nicht nach so was brauche ich ähm Steak mit Kartoffeln wo ist es öh das sehe ich nicht da oh Pilze Tierfett ei 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 das ist aber ganz schön teuer das ist aber auch ganz schön teuer ich glaube wir brauchen bleiben da erstmal bei Eiern mit Steak jetzt gehen jetzt die Eier aus Wahnsinn ist hier alles durchgeschmolzen ja da erstmal ausmachen wie viel das ist nicht mehr viel ich sag ja ich muss dringend Erde klatschen aber ich hab nicht wirklich Lust hm vielleicht machen wir einfach nur einen Sonnendeck hin gut hier müssen wir natürlich noch höher wegen der Treppe schon alleine ähm wir könnten mal so so oh guck mal da wo machen wir mal zuerst in dem Bereich gehen wir dann noch höher hätte ich erst den unteren machen sollen ne und xp-punkte haben wir noch nicht verteilt ach ja das war es schon wieder fehlt uns einer ja ja hier machen wir dann noch drei höher für die Tür und der Rest weiß ich noch nicht vielleicht machen wir da später noch Beete hin oder so mal gucken mal gucken USA 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 und hier müssen wir auch noch rollen das hier � Eisenbahn ne 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 die könnte man machen aber ne nicht jetzt können die Seite noch mal wegnehmen Das hatte ich überlegt zu behalten, da vielleicht irgendwie mal noch eine Tischplatte zu machen, da könnten wir dann, ich glaube eine Säge gibt es ja noch, ein Zementbischner dann auch noch, vielleicht darf ich noch was drauf stellen. Ah, ich habe immer noch Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Wie viel Uhr haben wir? Acht Uhr. Wie lange läuft das jetzt noch? Ah, das läuft mindestens noch elf Minuten. Pass auf, dann fahren wir jetzt eben, oder? Eben? Ich hoffe jetzt wirklich nur eben. Wir haben schon mal die Knifte in die Hand. Kinder, die Wummel. Traut euch. Und wir müssen ja den nächsten Händler begrüßen. Vielleicht können wir den auch als Freund bekommen. So, dann machen wir jetzt einen ganz gemütlichen Ausflug. So. Öh, ist verkassend. Nach der Folge werde ich dann versuchen, zumindest noch mal eine Stunde zu schlafen, bevor ich los muss. Oh, da drin war noch die Kiste, ne? Sollen wir die mal eben mehr machen? Komm, ignorieren. Oh, ist jetzt hier wieder alles voll? Ne, dann will ich nicht. Kein Stress heute. Äh, wie komme ich hier durch? Schwierig bis gar nicht? Fahre ich ja aus, nun. Kenne ich nichts. Sonst wird es bestimmt gleich wieder kalt. Äh, noch wird nicht gejammert. Schnee. Ich erinnere mich. Ich weiß nicht, was das für ein großes Tier da war. Ist das ein Puma oder was? Ist das ein Puma? Da ist ein Baumstumpf. Oh, ich habe eine Axt nicht mehr. Das war wieder super. Mein Gott, die... Oh, was ist das? Wolf. Na ja, ist aber auch nicht schön. Hier wohnt auch keiner freiwillig, oder? Ich baue mir mal eine Base im Schnee. Oh, Bären, Holzteller, Zombies. Irgendwelche Pumas. Wölfe. Vollseil. Puh, wir sind schon mal da. Was ist das? Automaten zur Vermietung. Hä? Was ist denn das? Was kann man denn hier mieten? Oder ist das einfach... Ich weiß nicht. Ich spekuliere gar nicht erst. Wo bin ich da draußen? Oh, Feuerwerksstufe 6. Uff. Uff. Ja, cool. Mehr davon? Nee, ne? Ist ja... Och. Ist ja mein Lieblingsentenab. Nein, ist er nicht. Mein Lieblingsentenab ist und bleibt immer Jen. Sie ist auch Ärztin, ne? Das muss man ja normalerweise erwähnen. Hier liegt kein Schnee. Hauptsache Schneegeräusche. Was ist das denn? Die Röte, was soll das? Ah, da kicken die Kopfschmerzen wieder rein. Kaffeebohnen, sehr gut. Können wir noch mehr Kaffee kochen? Boah, kann ich hier einen Trecker haben? Der ist ja cool. Guck mal, die kann ich nicht mitnehmen. Nee, die kann ich nicht mitnehmen. Und Stufe 6 Schraubenschlüssel ist natürlich... Uff, sag ich jetzt mal, ne? Das ist schon prämen. Die Camp Station ist aber wirklich zerstört. Da hat jemand keine halben Sachen gemacht. So, dann gehen wir mal rein hier. Zu dem Johnny. Ah, haben wir hier noch was? So viel Zeug, aber ich kann es nicht mitnehmen. Ich komme gleich. Guck mir nur mal deine Auslagen an. Hier ist einiges aus. Was gibt's hier? Achso, Geld habe ich eh wieder nicht mitgenommen. In deinem Laden kann man doch mal wenig mopzen. Was? So, kann ich dir irgendwas verkaufen? Da kriege ich nichts für, solange die so kaputt ist, ne? Will ich die noch reparieren? Kostet mich wieder so ein Reparaturset. Ich denke... Darfst du haben. Die darfst du auch haben. Mehr habe ich dir jetzt aber nicht anzubieten. Doch hier, die Bombe, da kannst du auch haben. Woher möchte ich die hier haben? Ja. Glas Honig, kann ich mir das leisten? Ne, natürlich nicht. Und ich habe wieder meine Dinger nicht mitgenommen. Mann. 228. Soll es mir jetzt 200 führen, ne? Geizt Salz. Was ist das? Motorwerkzeugteile. 40. 50. Ne, 60 komme ich nicht dran. Oh, du bist so witzig, du bist mein Lieblingsalter, Karls. Mach's mal gut. Tschüss. So. Vor dem Heimweg noch was essen. Trinken. Ah, da fühlen wir uns wieder wohl. Habe ich den anderen LKW hier auch durchgeguckt? Na, gucken wir mal. Gut. Jetzt stehen die da an dem Tor. Ah, diese Dombos, ey. Und da kommt der Nächste. Muss ich hier ganz außen umladen? Das passt mir ja gar nicht. Nicht bei dem bescheidenen Wetter. Was ist der Nächste? Ich versuche jetzt einfach nur auf mein Fahrrad und wegzukommen. Trader Wreckt. Habe ich auf mein Fahrrad und weg? Eher nicht, ne? Und die 825 XP nehmen wir mit. Äh, wo wohne ich da hinten? Ich sehe jetzt wahrscheinlich nicht mal die ganzen Mistviecher, die mich hier angreifen werden. Sprich, Raubtiere. Moin, Meister. Moin, Meister. Wo du jetzt so ein bisschen Fahrrad hier rumeierst, ne? Das wünschte dir du jetzt ein Minibike. Äh, klar. Klar. Ich fahr doch richtig, ne? Äh. Die Warnmeldung kommt jetzt ein bisschen spät. Was sollen wir die Kiste jetzt doch noch machen? Ich möchte sie ja schon haben, ne? Ja. Oh, nicht. Nein. Äh. Ah, hier war das Klo. Hey, hey, hey. Ruhig. Wo ist er? Oh, ich hasse uns abwiesen. Ganz miese Gesellen. Wo kommt der jetzt oder? Kann man mal so, dass wir auch die Tür sehen. Mann, Scheiße. Oh, es geht schon wieder Regen. Da wollte ich jetzt kein Regen vor eingehen. So, mal gucken, was wir kriegen. Schrotflinten. Okay. Helmlicht Mod. Kann ich die überhaupt nicht rein? Oh ja, kann ich auch. Cool. Was ist das? Ah, Rüstungswert plus eins. Können wir den hier noch mit reinmachen? Ja, nehmen wir an. Zack. Cool, cool. Ja, ich würde sagen, ich mache mich jetzt am Rückblick zur Base. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.